Willkommen bei Metabolismo TV, Ihrer Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Mundgeruch und Körpergeruch. Mein Name ist Frank Suarez. Ich bin ein Experte für Fettleibigkeit und Stoffwechsel. Unser Freund Hugo hat uns gefragt, was die Ursache für Mundgeruch und Körpergeruch ist, wenn eine Person abnimmt. Besonders wenn sie viel Fett verliert, tritt dieses Problem häufig auf. Ich erkläre Ihnen, was es ist. Das gilt für jede Situation. Ich gehe an die Tafel, um es zu besprechen. Schauen Sie mal, ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit Fettleibigkeits- und Übergewichtsproblemen. Stimmt's? Durch NaturalSlim sind wir in Ländern wie Puerto Rico, den USA, Mexiko, Panama, Costa Rica und bald in Kolumbien. Über 100.000 Menschen haben teilgenommen und jede Woche besuchen uns etwa 3.500, 4.000 Menschen in NaturalSlim-Filialen weltweit. Nicht wahr? Nun, wenn man so viele Leute sieht, kommt man an einen Punkt, an dem man entweder lernt oder lernt, nicht wahr? Und etwas, das wir häufig sehen, ist, wenn eine Person übergewichtig ist und wir sie zum Abnehmen bringen, dann ist die Person zuerst sehr glücklich, weil sie Kleidung anziehen kann, sich energiegeladen fühlt, besser schläft, die Medikamente reduziert werden und so weiter, aber während des Prozesses entwickelt sie oft schlechten Atem- und Körpergeruch, das heißt, der Schweiß riecht ziemlich unangenehm. Es ist sehr schwierig, in der Nähe einer solchen Person zu sein, oder? Ich möchte erklären, warum es passiert, nicht wahr? Und was man tun kann, nicht wahr? Dies, das und vieles mehr. Viele Menschen wissen, dass ein fettleibiger Körper Fett enthält, aber was sich im Fett befindet, ist ihnen oft unbekannt. Was genau im Fett enthalten ist, bleibt für viele ein Rätsel. Der menschliche Körper ist ein optimaler Organismus, der Fett für zwei unterschiedliche Zwecke äußerst effizient nutzt. Körperfett hat zwei Zwecke. Ein Zweck von Fett ist die Energiespeicherung. Im Tierreich sehen Sie, dass ein Eisbär richtig dick wird, viel isst und richtig dick wird, um in den Winterschlaf zu gehen und dann einen viermonatigen Winterschlaf macht. Nach vier Monaten wacht der Bär auf und ist schlank. Was hast du während dieser vier Monate gegessen, während du geschlafen hast, was so eine Art leichter Schlaf ist, oder? Du hast das Fett gegessen, das du dort hattest, denn Körperfett ist gespeicherte Energie. Der perfekte Weg für den menschlichen Körper, Energie zu speichern, ist Fett. Denn Fett speichert neun Kalorien pro Gramm Fett, nicht wahr? Aber wenn es Kohlenhydrate wie Brot oder Mehl oder andere wären, oder wenn es Protein wäre, dann würden sie nur vier speichern. Bedeutet das, dass die effizienteste Art und Weise, wie der Körper Energie speichert, definitiv Fett ist? Verstehen Sie mich? Also wird Fett verwendet, um Energie zu speichern, das heißt, wenn der Körper Fett ansammelt, speichert er Energie für Zeiten, in denen keine vorhanden ist, oder? Jetzt wurde ein weniger bekannter Grund für Fett entdeckt. Fett dient nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Isolator. Es schützt vor Kälte und Giftstoffen, indem es isoliert. Diese Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für die Verwendung von Fett in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel sind die fettreichsten Fische diejenigen, die im Meer leben. Diese Fische, die am Meeresboden leben, haben deutlich mehr Fett als die Fische, die an der Oberfläche des Meeres wachsen oder schwimmen. Je tiefer die Entfernung im Meer ist, desto fettreicher ist der Fisch. Das liegt daran, dass das Wasser in größeren Tiefen kälter ist und der Fisch durch das Fett besser vor der Kälte geschützt ist. Fett fungiert als Isolator, indem es dem Körper eine Möglichkeit bietet, sich vor der Kälte zu schützen. Das bedeutet, dass ein Tier am Nordpol, wenn es gut Fett ist und viel Fett hat, einen ganzen Fettmantel hat, der die Kälte nicht so sehr beeinflusst. Also ist Fett ein Isolator. Nun, abgesehen davon, dass Fett ein Isolator ist, isoliert Fett auch vor Giftstoffen. Etwas, das entdeckt wurde, wurde im Jahr 1972 entdeckt. Im Jahr 1972 wurden Autopsiestudien durchgeführt, bei denen Autopsien an Leichen durchgeführt wurden und in einer Leiche, einem toten Körper, Substanzen im Fett gefunden wurden, Giftstoffe in diesem Fett, von etwas, das die Person 30 Jahre zuvor eingenommen hatte. Bedeutet das, dass der Körper Giftstoffe ansammelt, egal welches Gift für den Körper giftig ist. Eine der Strategien des menschlichen Körpers, um sich vor einem Gift zu schützen, besteht darin, dass der Körper versucht, es über den Urin, den Schweiß, die Ausscheidung oder auf irgendeine Weise herauszubringen und wenn er es nicht herausbekommt, ist die letzte Alternative des Körpers, Fett darum herum anzusammeln. Fett umhüllt und schützt ihn, indem es sich um ihn herum aufbaut und ihn einschließt. Bedeutet das, dass das Körperfett von uns allen tatsächlich mit Giftstoffen gefüllt ist. Zum Beispiel ist das Fett im Bauchbereich kein weißes Fett, sondern gelbes Fett. Das überschüssige Fett an den Armen ist weißes Fett bei einer Autopsie sichtbar. Warum ist diese gelb und diese weiß? Nun, weil das hier das gefährlichste Fett ist. Ist es nicht das sofortige Fett, das der Körper verwendet, um einzukapseln? Eine Person, die unter schwerer Fettleibigkeit leidet, wird neben dem Übergewicht auch einen Überschuss an Giftstoffen haben. Giftstoffen, okay? Zum Beispiel hat eine Person Amalgam Quecksilber in den Füllungen im Mund. Wenn dieses Quecksilber freigesetzt wird, versucht der Körper, es in Fett einzukapseln. Jemand hat einen Überschuss an giftigen Mineralien wie Blei oder Cadmium, die im Zigarettenrauch enthalten sind. Der Körper reagiert darauf, indem er zwanghaft Fett produziert, um sich zu verteidigen. Das bedeutet, dass viele fettleibige Menschen tatsächlich einen Toxinüberschuss haben, der im Körper angesammelt und abgedichtet wird, um sich zu schützen, oder? Was passiert, wenn sie anfangen abzunehmen und ihren Stoffwechsel aktivieren, ist, dass das Fett anfangen wird zu brechen. Wenn das Fett bricht, werden diese Toxine freigesetzt. Wenn diese Toxine freigesetzt werden, haben sie einen schlechten Geruch und verursachen Mundgeruch und einen sehr starken Schweißgeruch, nicht wahr? Also ist im Grunde genommen viel von dem übel riechenden Schweiß mit schlechtem Geruch und so weiter, entweder vom Atem oder einfach, weil zu viele Giftstoffe im Körper sind. Ein Hauptbereich des Körpers ist der Darm, stimmt das? Der Darm beherbergt eine gute Bakterie namens Darmflora. Viele Menschen, die über Jahre Antibiotika eingenommen haben, verlieren ihre Darmflora. Der Körper nutzt sie hauptsächlich zur Reinigung der Darmwände. Ohne Darmflora durch Antibiotika kann keine Reinigung mehr stattfinden. Dies führt zu schlechtem Geruch und anderen Symptomen. Jetzt was tun? Eine Möglichkeit ist weiter abzunehmen, aber sie können auch ihren Körper ergänzen, wenn er übel riecht. Es gibt zwei Dinge, die sie tun können. Eines ist Backpulver, das als eines der Episoden, die ich Ihnen erzähle, verwendet wird, das in einer anderen Episode sogar für Krebs verwendet wird, nicht wahr? Sie können es mit Wasser verwenden und es neigt dazu, diese schlechten Gerüche, diese Giftstoffe zu neutralisieren. Das andere ist Chlorophyll, das grüne Chlorophyll, eine grüne Flüssigkeit, die den Pflanzen entzogen wird. Pflanzen sind grün aufgrund des Chlorophylls. Chlorophyll kann flüssig oder in Kapseln erhältlich sein. Sowohl Chlorophyll als auch Natriumbikabonat, neutralisieren Säuren und beseitigen Gerüche. Es wirkt wie ein natürlicher Deodorant. Im Grunde ist das, was im Fett ist, giftig. Es verursacht den schlechten Geruch und macht das Fett hier gelb statt weiß. Die Wahrheit triumphiert immer.